ja hallo und willkommen zur heutigen folge hewis charge wie meine titel bereits gesehen hat handelt es sich in diesen in dieser folge um ein youtuber verein ich gegen borri also killertrank gegen borri sein youtube channel heißt einfach nur borri er macht auch hewis charge videos ihr könnt ihn ja mal abchecken würde ich jetzt sagen jetzt beginnt der kampf ich habe ihn nämlich in der arena getroffen und jetzt zeige ich euch die bildung bis gleich meine freunde so er hat sehr gute truppen wie man sieht zeigt euch noch mal gleich mal die werte also kassier ich echt schon meine hatten gerade schon gleich da und seine noch nicht mal zur hälfte er ist zwei level über mir da bekommt wolkenwanderer ist voller karacho ab das boot von ihr jetzt das hat mich sehr aufgeregt also manchmal ist es schon echt gut effektiv gegen blutklinge nie immer das in der arena finde ich schon sehr schwarz weil es einfach so op ist also wenn ihr noch nicht mit mir immer da hat lohnt sich es sich den zu holen und in der arena zu benutzen was ich auch vielleicht ich versuche ihn mal abzudaten so und hier kassiere ich jetzt schon die letzten schläge und boom leider habe ich verloren aber es war schön gegen borri zu spielen jetzt kommen wir zwar mal die werte an admiral hatte legendären lindemüller schon echt viel schaden ausgeteilt maschimist hat auch schon sehr viel schaden ausgeteilt ja gefallene herrschaft auch also man sieht hier ganz deutlich linien mörder haut schon richtig rein gefallen herrschaft auch maschimist mit seiner ulti hat auch schon ganz schön rein todesbote auch admiral hat bei ihnen auch sehr effektiv geholfen was ein team ist wirklich nicht schlecht sie machen alle sehr viel schaden im gegensatz zu meinem team da zwei level unterschied was auch schon maschimist auf orange hatte er nimmt ja mit auf orange 2 gefallene herrschaft orange 1 ja kann man nicht zu sagen es war schön ging ich zu spielen borri ich grüße dich ja dann würde ich mal sagen bis zum nächsten mal bei hibus charge